Kann man ja mitnehmen. Wo ist sie? Das ist sie. Hm, der Mech ist ein Problem. Ja, beruhig dich. Den interessiert das nicht? Nö. Es interessiert ihn einfach nicht. Die Verkaufstelle ist ein Problem. Sie können den Trick. Der Kroger ist auf! Der Kroger ist in der Läb. Was ist der Kroger? Der Kroger ist auf da? Immer diese Dialoge, die aufhören, wenn man zu schnell ist. Diese Übersetzung schon wieder. Ja. Normandy, Okira ist ein no-go, aber wir haben ein Package, das braucht Retriever. Und er ist ein großer Teil. Und er ist ein Krogan, das macht Sinn, aber ich habe Angst, um ihn zu spüren. Ja, du hast das ein paar Mal gesagt. Ein normaler Krogan ist gefährlich. Das ist ein Krogan, das ist ein Krogan, oder? Es gibt keinen Weg, dass er rauskommt, wenn einer von uns ihn rauskommt. Oder wenn Okira ein Krogan ist, oder ein Krogan ist, das Tank zu schließen. Ich sage nicht, dass wir jetzt eine Krogan nehmen, aber ich habe keine potenziellen Ressourcen. Das ist deine Entscheidung, Commander. Sei nur vorsichtig. Notiert. Der Krogan ist sicher genug, während ich decide, was mit ihnen zu tun. Oh, bitte, als würde Cerberus sonst nie Risiken eingehen. Andererseits sind das meistens Risiken, die andere betreffen. Okay. Oh. Oh. Der Unbekannte? Ach, vorgehen wir noch zu Joker. Ich dachte, er hätte etwas dazu sagen, dass wir einen Krogana im Frachtraum haben. Das Thema ist stabil, Shepard. Integration mit Onboard-Systemen war zügig. Ist er bei Bewusstsein? Kann er da nichts sehen? Er weiß, wo er ist? Unglaublich. Die aktuelle Neural-Pattern betrachten minimale Kognition. Barsch der shipwärten Kraftverlust, die Neutrinen in dem Tank können ihn über ein Jahr behalten. Stand by. Ich öffne den Tank und lasse ihn aus. Das Serberus-Protokoll ist sehr klar über die untesteten Alien-Technologie. Er ist zu wertvoll. Er ist entweder eine kraftvolle Addition zu der Crew, oder eine Time-Bot. Ich würde lieber mit dem jetzt sprechen. Sehr gut, Shepard. Die Kontrollen sind online. Die Veränderung und die Konsequenzen sind dein. Acht! Die Veränderung und die Menschen werden mehr gewählt. Ein Mensch werden. Ein Mensch. Man, ein Mensch. Doch, bevor man stirbt – da muss ich ein Name. Ich bin Commander Shepard und ich keine Gefälle nahe gering. Ich widere dich, kennengelernt zuzeln. Ich wünsche dir, dass du für dich des Kniegan. Mein. Ich bin trainiert. Ich weiß Dinge. Aber der Tank, Okir, nicht die Verbesserung. Seine Worte sind hollow. Warlord, Legacy, Grunt. Grunt. Grunt war von den letzten. Es hat keinen Sinn. Es wird das tun. Ich bin Grunt. Wenn du dein Wettbewerb würdest, prove deine Kraft und versuchen mich zu zerstören. Du möchtest, Okir? Oder Legacy? Es ist langweilig. Das ist die Training in meinem Blut. Die anderen Worte sind große Dinge, die ich nicht fühle. Vielleicht ist es dein Wettbewerb besser. Ich fühle nichts für Okir's Clan oder seine Feinden. Ich werde das, was ich geboren habe. Ich kämpfe und beschleunige den strongesten. Aber seine Sprache hat verloren. ohne einen Grund, der mir ist. Ein Wettbewerb ist so gut wie jeder andere. Ich könnte auch mit dir beginnen. Ich habe einen guten Schiff und eine starken Krupp. Eine starken Klan. Du würdest es stärker machen. Wenn du schwachst und schwachste Wettbewerb wählst, werde ich dich töten. Unsere Wettbewerb sind wertvoll. Kein Wettbewerb darüber. Hm. Hm. Das ist... ...akzeptabel. Ich kämpfe für dich. Ich bin glücklich, dass du einen Grund gesehen hast. Hm? Ha. Offer eine Hand, aber arm die andere. Wies, Shepard. Wenn ich einen Klan finde, wenn ich, was ich... ...wenn ich will, werde ich gefühlt werden, dass ich sie gegen dich verletzt habe. Der Typ ist großartig. Weil dieser... Der Sprecher... Man erkennt ihn vielleicht nicht, weil er stark bearbeitet ist, aber das ist Steve Bloom. Und der hat so viele Sprechrollen in allem. Also Videospiele und Anime vor allem. Also allein schon in Digimon im englischen Dub hat er irgendwie die Hälfte aller Charaktere synchronisiert. Und da merkt man auch wirklich, was der alles an Stimmen hinbekommt. Ansonsten er hat in... Ich bin mir sicher. Ich glaube, in Transformers Prime. Unter anderem hat er Starscream gesprochen. Dann, äh... In Spectator Spider-Man in grünen Kobold. Das sind bei jetzt auch recht ähnliche Stimmen, muss man sagen. Aber man merkt es dann einfach. Ich finde den Typen klasse. Shepard. Naja, was in deiner Tankimprintheit kann, das die Ressourcen machen kann, die wir gefunden haben? Hm. Ich könnte etwas haben, das ich zusammenfassen könnte. Ich weiß nicht, wie wichtig es wird. Ja, seit fünf Minuten. Ja, seit fünf Minuten. Fünf Minuten aus dem Tank und schon kann er eine Claymore zusammenbauen. Dann finden wir raus, dass der Unbekannter von uns will. Ah, dafür müssen wir hier rum. Und wo wir schon dabei sind... Prototypen. Mord und Universalwerkzeug. Und... Und... Na... Ne. Alle kroganischen Gruppenmitglieder. Es gibt nur eins. Hehehehe. Sowas hasse ich ja. Hehehehe. Sowas hasse ich ja. Der wird sicher. Das wird sicher. Ich weiß. Was macht er dort? Moment. Commander? Sagten sie nicht gerade noch, er sei Major? Wir sollten eine Message zu den Citadel senden. Die Allianz kann uns Regulierungen geben. Nicht, bis Sie unterscheiden. Ich will nicht, dass die Allianz in unseren Weg kommen wird. Als Sie die Situation unter Kontrolle haben, werde ich die Message persönlich senden. Send die Koordinaten. Wir gehen direkt da. Das ist die größte Warnung, die wir jemals hatten, Shepard. Glückwunsch. Joker, set a course for Horizon. Ich muss den Professor sehen. Aye, Aye, Commander. Tell me you have something. Ja. 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 Lulith, wir haben ein Problem. Still can't Calibrate the Targeting Matrix? Those Defense Towers are useless if we don't figure it out. Sorry, Commander. Getting our comm systems back online takes priority. Ja. Okay. Surprised people haven't tried to blame that one on me, too. People out here don't trust the Alliance. It's nothing personal. What is that? What is that? Get everyone to the safe house. I'll cover you. Run. Hurry. Hurry. Untertitelung des ZDF, 2020 Assuming control Wir sind die Harbinger ihrer Perfektion Befragte diese Menschen für Ascension Frage 1 Und Gairus am besten auch Und ich frage mich ja jetzt wirklich, welchen Rang Kai dann gerade erinnert hat Weil ich komme gerade echt nicht hinterher Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass er Gleichgestellt mit Shepard war Auch wenn er offiziell gerade natürlich gar keinen Allianzrang hat Brand Munition Ja, wäre vielleicht sinnvoll Aber Überlastung ist denn voll Das sah voll nötig, dass dieser Shuttle dreht Vor allem wenn wir dann auch auf der falschen Seite aussteigen Die werden ja die hier sehen uns ja Also die Kollektoren Das was man meinen Sie könnten die Schwerner auf uns hetzen Aber ist zumindest nicht so Sonst wären wir gefickt Clean hit Sehr gut 6.000 Credits Das waren aber nicht wenig Wo müssen wir überhaupt hin Hallo? Der wird einfach nicht hochgehoben Husks Also ich denke, jetzt ist es wohl klar, ne? Wenn die Kollektoren Zugriff auf Husk-Technologie haben Das sieht aus wie die Husten die Geth benutzt auf Eden Prime Ich dachte, die Geth hat die Technologie von Sovereign Elusive Man was right Collectors working with Reapers Ja, aber ich glaube auch Husks have human characteristics Possibly repurposed Colonists No, the Geth impaled their victims on giant spikes To turn them into Husks But we haven't seen any The collectors must have already had the Husks They want the Colonists alive For something else These aren't the same creatures I fought on Eden Prime They're more advanced, evolved They still die if you shoot them Retten wir die Colonisten The collectors aren't getting away with more victims Let's move out Let's go All these empty buildings It's unsettling No signs of resistance